ist genau wir spielen geben das team 3 spa da heute mit dabei wie vorkst du feierbach feierbock und moment ich bin auch dabei genau richtig wir passen sehr gut zueinander der xera sieht cool aus man kann mit weiß jange ja mit weiß kannst du mittlerweile sogar so einigermaßen wegen dem ewigen im veränderten genau ach so ja wir waren schon länger und aber haben nicht gestreamt so das wird sein wenn du uns bei twitter hättest hättest du das mitbekommen hast du aber nicht was machst du falsch denkt darüber nach denke bei den fehler nach ich möchte auch noch ein schluck liebe nein nein wo fang ich denn jetzt direkt mit an wie du hast du brauchst doch soziale medien wenn du wenn du streamst brauchst du soziale netzwerke brauchst du kein privates twitter machst du hast du nur den streaming account ich habe auch kein privaten ich würde sagen haben wir ja auch ähm meiner ist eigentlich privat mein alter war privat den ich nicht benutze ich sag ja teilweise also ich mach da nicht viel privat also ihr habt jetzt glück gehabt ich war jetzt kurz davor auch mit runter zu laufen du bist sehr gewohnt und zu spielen der ist die eine läuft bei euch da ist blitzcrank im bursch blitzcrank im bursch blitzcrank ist im bursch und kommt jetzt der hook oh gott schatzen ja ja wo kam denn die anderen her ja die haben wir alle auf euch geworfen die waren schneller ich stand doch hier und da ging nur der blitzcrank rein ja aber du warst zu langsam da der hat gegrabt und dann kam die anderen dazu aus der ecke nein 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 die waren schon vor dem blitzcrank da der war der letzte der reingegangen ist das könnte sein genau was geht denn mit den warum sind die alle so aggressiv ja das ist das was Kevin äh nicht Kevin sondern was Dennis doch schon sagte so in der Form in in solo queue gerade entsprechend in der elo sind das alles noch absolute tryhards da ist ein wort und das bedeutet die sind immer noch da ja ok wir sind Frank ja hier ja hier jo der einzige andere ist der Nasus was sind die sonst alles silber hier sagt ich check es einfach nicht so also ich sag mal so genau genau wie gar das gerade schon sagte die haben wir jetzt aber dafür zwei flash und und jetzt bin ich auch tot fängt ja schon richtig gut an ja ja und deswegen auf ein Leben ja ich weiß das wäre nicht wenn man auf ein Leben sagt dass dann einer fehlt noch bei mir ist noch gar keiner da die Info habe ich jetzt auch der blitzcrank hat mich zu denen gerappt tatsächlich sonst sage ich das auch immer dann kriege ich immer nur eine Nebeninfo ja ja die sind ja gerade noch am hinlaufen weil die haben uns ja gerade getrappt sonst sage ich es immer und da wird es immer überspielt ja ja ist normal und jetzt sage ich es einmal nicht ja du hättest es sagen müssen so mein Schwachsinn was stimmt denn nicht mit dir was stimmt denn nicht mit dir was gibt es doch nicht was gibt es doch nicht oaah es ist doch jetzt wird weiter weg boah wie aggressiv der schon wieder spielt ich rief kotzen ich halte ihn dir auf ja boah gehts dir gut du Penner ey was will der von mir der spammt mich richtig zu ja der hat ja auch meinen Blue ja kein Wunder ja super reverse gewartet ich ja ach ja so ist das halt scheiße ist das ja aber guck mal die Edo ist schon runter gegangen die sind jetzt im schnitt nur noch silber mit einem unranked also es geht schon runter man kann natürlich auch alles auf den Zufall schicken ich kann natürlich auch einfach alles quersitzen haben das funktioniert genauso gut ich habe niemanden beleidigt ja ok nur den Gegner aber das ist ok ja eric ist gerade noch in der Gemeinde irgendwie ich habe niemanden von uns beleidigt ich das wäre natürlich das optimale oh Gott aber das wird in der Regel nicht so funktionieren und ich rein ich rein krass das ist ne Evelyn ist nämlich da bei uns im Jungle sagen die sind überall bitte fehlt auch habe ich auch fünfmal abgepingt also da ist ja mein Red ist jetzt auch weg ja super im eigenen Jungle und erstmal erstmal WBO scharf schön dass er wieder da ist hast noch nicht viel verpasst jetzt holte sich sein Blue wieder ey ich bin total im Arsch hier der ist wieder weggegangen der wird wahrscheinlich hier irgendwo sein also ja okay hui da ist wieder was Bannbares im Chat ja ich weiß drum beim Tower hast du dem Litz Crank ach da scheiße ich jetzt schon wieder Blue absolut nicht farm Mhh auf aber die haben wir auf jeden Fall nur eine Frontline, also die haben nur den Nasus der Tanki gehen kann nach ja, den ich irgendwann auch nicht hier aufgehalten kriege weil ich keinen Mana habe wir tun da was gegen uns so gut und so schnell wie wir können, nur das ist halt ein Bot, also der wird immer wieder kommen da werden wir nicht viel machen können ich bin jetzt einmal weg ok sonst bin ich gleich tot ja was ja super, oder ich bin tot das ist Evelyn was ist Evelyn, ist offen wie ich zu dir naja boah ja oh Gott sei Dank gut, dass der Fleisch gefehlt hat das ist weg gewesen deswegen, das tut mir leid, aber da fürchte ich da unten fehlt da keine Ahnung wo die hin sind, wahrscheinlich Drake oder so ja der John Bauer ist tot das wäre wenn es hier, Blitz ist auch wieder hier das da ich bin noch mummy zum morgen jahre das nicht das das hat Wortmann setzen er ist ja lange noch dran ich muss einfach mal zurück jetzt ist weg oder jetzt ist glaube ich weggegangen haben wir schon zu haben wenn ich den gesaved kriege das Problem ist ich brauche erst mal ist schon wieder weg aber dann geht es aber ich muss top-sale jetzt es ist was ich war das ich komme an den Potsen sie dreht erst mal rum und geht weg ich habe aber gleich Level 6 dann könnten wir so ich habe das doofe gefühlt dass sie da Blumen weil er ist nämlich weg Evelyn ist aber entsprechend bei mir hier oben und alleine würde das noch nicht machen können ja da ist jeder da Blitz ist auch wieder unten was sagen warum bist du so weit draußen die haben auch klar geworden denke ich ja klar machen die ja auch ja der Blitz ist nur gerade daher gekommen deswegen ich glaube ich habe die großen ich gehe dann schon mal zum Blumen langsam da bist du da ja er ist schon wieder weg ich weiß ich würde sich mal rumtreiben oh kommst du zum Blumen ja kommst du zum Blumen ja kommst du zum Blumen kommst du zum Blumen kommst du zum Blumen kommst du zum Blumen ja sie kriegt ja 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 hast du hast du das safe ich gehe jetzt weg ach da ein Blitz ist hier unten ah ich weiß gar nicht knapp dass du zum Blumen lässt du das TP ab okay weil er zurückgeportet ist wenn wir zurück wir laufen zurück Schönes Ding Du hast jetzt Blue Dexirat Vorsicht Xirat ist auch da ja Dexirat hat da gewartet also Ich muss eh weg, also, Bord ist schon wieder weg. So, weil ich die anderen gesetzt habe, verdammt. Keine Ahnung, wo die sind, sie sind weg. Ja, wir sind zwar gerade noch hier, aber... Wir waren gerade noch hier in der Mitte und jetzt sind sie weg. Guck mal, ob sie da drin sind. Das ist klar. Ja, da kommen sie. Einer. Oder... Ja, da kommen wir zurück. Ja, da kommen wir zurück. Ja, da kommen wir zurück. Ja, das sieht man. Ich weiß, was ich durfte, den haben sie gerade weg gemacht. Ja. So, äh, Tower ist noch safe. Einmal kurz nach hinten, ich brauche Wards. Okay. Tower ist noch gesaved worden. Als nächstes komme ich gleich nach oben. Bis dahin habe ich... Ich mache aber erst noch Red, dann habe ich nämlich Ulti wieder ab. Ja, ich versuche ihn zu ärgern hier oben, aber... Wieso wirklich? Ärgert er mich eher. 23 Sekunden, ich muss noch ein bisschen hier fahren. So, 10 Sekunden. Ich komme über Lake. Sorry, aber ich gehe aus dieser scheiß Schuss-Rage raus und er trifft mich trotzdem. Kannst du ihn mit deinem Cage, ähm, umhalten, weil dann gehe ich nämlich jetzt... Dann komme ich jetzt ran. Oh. Meiner ist weg. Der kommt nicht mehr weg. Nice. Danke. Okay. Oh, da kommt... Hä? Xerath? Ja, habe ich ja gesagt, dass er weg ist. Oh, das ist weg. Oh, Old Evelyn. Ja, ne, ne. Aber wie lange war denn Evelyn... Ach, Worts machen sie ja nicht. Ich hab' vergessen. Die kommt jetzt wieder in der Mitte, ne? Ja. Ähm... Weine ist weg. Ist ne gute Idee, Garth. Machen die drei. Da muss ich nur gucken... Ne, ne, die sind los. Das ist ne sehr gute Idee, hast du vollkommen recht. Ich muss mich da noch ehrlich gesagt so ein bisschen dran gewöhnen. Verdammter ist... Weil das auch wieder mehr Goldaufwand ist. Ja, ziemlich. Da hin um den zu kaputt... Ja, jetzt machen sie unseren kaputt. Jetzt ist er trotzdem kaputt. Daneben, du Arsch. Ich hab' mal die Crap gemacht, damit man ein bisschen besser Vision hat. Ja, passt doch auf, der Reward. Bei mir oben fehlt noch der Nassos. Und der dürfte CP auch wieder abhaben. Der, der... Ich hab' CP auch drauf. Ich seh' meinen schon wieder nicht. Denk runter. Achtung, der Crap ist offensichtlich nach unten. Ja. Jetzt ist er hier. Ach scheiße, das war der Pinke. Ich beizte damit. Wollte uns schön aufpassen jetzt. Wollte ich sagen, Crap ist auch hier. Ja. Ah scheiße. So. Ich bin hier. Ich hab' weggeklickt, aber mein Charakter ist ja nicht gelaufen. Ich verstehe das nicht. Ich hab' eigentlich... Einfach, einfach weggehen, einfach weggehen. Ich komm' schon irgendwie weg. Ja. Das ist auch ein irgendwie. Ja. Ich will nun jetzt nicht nirgendwo davon, dass er dich dann auch noch trappt. Ich hätte mit dem Kuno irgendwie wegkommen können zur Not. Ja. Ja. Gehen über die Mitte. Wir sind dann Drake. Noch ein Drake, ja. Ja. Achtung. Ich kann nur... Ja, Drake. Und das war der Drake. Ah, Schild schlägt das D-Loch. Ah, Schild schlägt das D-Loch. 21, genau. Okay. Ah, Schild schlägt das D-Loch. Ähm. Jetzt hab' ich auch Gold für'n Pink. Wenn ich jetzt zurückgehe, wird der Turm fallen. Ja. Deswegen hol' wir dir jetzt noch Möglichkeit. Du pushst so lange wie es geht und ich komm' und bereite den Blue dann vor. Unten fehlt. Die sind wahrscheinlich jetzt zurückgegangen direkt nach dem Drake. Xerath ist bei mir auf jeden Fall. Ich hab' kein Wort für den Topfit unten. Warte mal. Oder sollen wir Xerath erst machen, dann komm' ich mit Ulti rein. Lass uns da TP ab. Ja, TP ist auch genutzt. Direkt. Ich weiß nicht, ob ich genug Mana dafür ne. Ja. Toll. Ja, ist egal. Oh Gott. Vorsicht, du hast direkt da die Evelyn. Ich weiß. Und ich hab' die scheiß Ulti verkackt. Xerath ist auf dem Weg. Ja, ich hab's mir schon fast gedacht. 3, 2... Xerath ist auf dem Weg. Weg. Oh, die kommt mit Flash hinterher. Das ist doch zum... Weg. Und die Sölle runter ne. Pink ward jetzt auch sofort weg. Ja, die sind ja. Wenn der Mitländer weiß, dass der Gegner mit'n Bot rennt, dann soll er nachlaufen und nicht mit stehen bleiben, wenn es geht, weil er dann wieder ausgeglichen ist. noch ein kleiner Tipp von Gart. Das ist uns bewusst oder man pusht halt einfach dann entsprechend die Mitte dick rein. So, jetzt mach ich einen total stupid Move, aber Oh, das ist ein klick dick weg. Wollte ich gar nicht. Ich komme in die Mitte nochmal zwar ohne Ulti, aber ich renne direkt rein, oder? Heal ist raus, Heal ist raus. Ich muss zurück. Tower verträgt noch einen Schott und dann ist er weg. Komm hier! Gerade echt. Die haben mich hier gewardet. Mitte fehlt. Hier der Tree und der River. Oh ja, den safen wir gerade einfach nur so gut wie es geht. Na tschau, hier ist uns auch das mal weg. 10 Sekunden, dann habe ich auch Ulti wieder da. Na, wusste ich doch. Ich versuche jetzt nur die Mindest davon abzuhalten, den Turm kaputt zu hauen. Jetzt ist er nicht mehr zu sehen. Hast du die Mindest auspusten, nicht bereitet Blutform? Nö, doch nicht. Dann hat das Serrat viele Städte. Nö, Xira hat den nicht gekriegt, dass hat die Erwärmung gemacht. Wer hätte das sehen. Na, ich bin schon fertig. Dann komm komm komm. Ja. So, peiz mich hier alleine. Und weg. Abhauen. Ah. Das war eine Glanzleistung. Das heizt das Motto. Ja. Das war eine Glanzleistung. Ah, scheiße. Ja. Dachte. Ja. Meiner ist wieder direkt. Ich bin in den Schild noch gegeben. Worin er ist, weiß ich nicht. Hat mir nicht viel gebracht. Bin zu langsam. 3, 2... Oh. Wir sollten uns jetzt... Wir sollten eigentlich groupen. Abel ist hier oben. Ja, wir müssen wirklich groupen. Und uns auf einen Lane fixieren. Und die dann platt machen. Sonst wird das nicht. Das ist nur so ein Hin und Her gerade. Ja. Ja, dann muss es uns jetzt in die Mitte gehen. Ich kann hier noch aufräumen. Xerath ist wieder zurückgegangen. Ne, da ist er. Aber die Evelyn auch. Ja, egal. Hat es nicht irgendjemand mal gesagt gehabt. So von wegen, man solle im Ranked üben. Weil Ranked anders ist als... Was ist das denn jetzt? Was ist das denn jetzt? Was ist das denn jetzt? Was für eine Linie? Ja, guck mal. Ja, der... Wie viel Leben die noch hat. Ich hab jetzt aber nicht verstanden, ob er jetzt auf mich gehen wollte oder was das sein sollte. Ne, der wollte mich damit platt machen, aber ich bin noch weggekommen. Jetzt. Dann lasst uns das wirklich so machen, dass wir jetzt einfach die Mitte campen und dann da einfach Druck machen. Wir müssen ja jetzt in irgendeiner Form... Toll, jetzt machen sie den Pink weg. Ja... Ja... Nicht alleine... Wieso kriegt sie denn nicht eingefangen? mein ping haben sie auf jeden fall weggemacht ich hab fünf sekunden bis ulti sind nicht vollständig da unten ist der blitzcrank das ist die vain bei mir ist nassers wieder weg jetzt ist er direkt wieder da so heißen 28 wieder da dann lass uns nicht wieder hoch tp nehme ich an er ist runter ne ne der ist da da ist er ich hab meine ulti hallo ich hab meine ulti gedrückt das ist nicht rausgegangen ja ich komm mir nicht weg alter ist die vain fett christian hier steht 604 oh gott 6 minuten braucht er drake alter fein der nasis wie viele stacks hat der der 297 hinter dir war Evelyn oben ok ich mach hier rein da ist sie da ist kriegst du so gestand also ich hab meine ulti ab war super durch den busch der ist auch noch weg nice jetzt können wir uns den nasis auch noch erholen kannst du den nochmal verlangsamen oder so ja ja ich krieg den so die ulti war zwar noch overkill aber bevor der mich jetzt noch free kill technisch kriegt so dann Mitte für irgendwen der schön farm haben möchte ich schalte eben noch einmal hier oben ja ja oder ich kann was runter na mein charakter wird wieder stehen du hast Probleme mit deinem Laptop ich weiß es nicht reite Schwein reite Schwein reitet wie immer ein Schweinchen reitet oder so jetzt hab ich was anderes rausverstanden aber ok wir können ja gleich nochmal probieren ob Blue da ist ne da oben ist Teleport und da ist eine Bane so ich hab's total weit weg gehalten aber die drückt rauf kannst du uns entgegen ziehen auf der Weg aber ich brauche noch nein wie viel hält die denn bitte aus das gibt doch nicht mehr oh da ist die Evelyn kommst du noch weg per Flasher oder irgendwas ich hab ihn gerade benutzt also nein dann mach ich halt schon hören aber ja da hat der Grab prediktet sie war gerade tot und hat schon wieder Red was ja sie hat getötet ich hab noch nie einen Buff gehabt in dieser Runde also hier unten könnte man killen weil ich hab Ulti wieder ab ja ich versuche gerade unseren Tower hier zu retten aber ich kann nur einen aber jetzt ist noch oben noch einer ey das kann doch nicht ich hab hier eine Scheißreisleiter aber gegen den komm ich nicht an dann jetzt schon wieder diese Stun Dauer auf Doom ey dann lass uns den in der Mitte holen oder ne top 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 soja das hat dir nicht so viel geholfen mein Freund ich mach unglaublich viel Schaden wenn ich sie denn fokussen kann ja ja klar natürlich nur wenn sie mich direkt raushauen bin ich natürlich deswegen darfst du nie in der Frontline stehen das ist es ja du bist Backline Let's Crank das ist ja das warum ADC und APC niemals in der Frontline stehen die stehen hinten zumindest sollten sie es was ist denn unser Frontline? ich dich und entsprechend Morgana auch noch ein bisschen der Film müsste die auch noch so ein bisschen tanky werden das Blizzcrank geht weg von der Mauer weg von der Mauer wir kommen oben evident im Grunde muss die einfach nicht Sejuani auch mit dem Devourer? die geht doch gar nicht auf Angiffsgeschwindigkeit die skalierte doch gar nicht gut drauf deswegen also das kann ich mir jetzt gerade nicht so vorstellen 40 Sekunden Drake also dann dürfte gleich wieder da sein dann noch 20 Sekunden bis Ulti muss das Delay vergesst nicht vergessen was da drin ist so er müsste jetzt schon wieder da sein in 10 Minuten kommt der Bot bestimmt wieder ja leider schon ja aber der Drake kann jetzt auch dann eine Falle sein ne dass er sowieso auf uns warten da ich hab Ulti auf jeden Fall wieder ab bloß wir müssen jetzt mal ein Fight gewinnen ja wir sehen uns durch den ja schon ja aber wir müssen es wir müssen forcieren also wir können jetzt nicht äh stunnen und dann töten ja ich hab das nicht gleich bestimmt ach du ich ist dann ne oh hinter uns ja die Evelyn hat halt das war's das war's aber das ist noch ein Drake Ja natürlich wir sehen gerade Leuten ja so ich hätte doch bei Warwick bleiben sollen hier above irgendwie hier in dem Bereich noch nicht so ganz mit ja und für Top solltest ihr vielleicht dann eher Icke mitnehmen Ja, deswegen, also ich sag mal, ich kann halt nicht hingehen, weil wir keinen Ersatz-Jungler haben, so in der Form Ja, ich kann es halt nicht einfach jetzt hier üben, das ist halt etwas, Fehlernplatte Naja, schon klar Ach, sie hat kein Mana mehr, deswegen kriegst du sie so runtergepokt Ja Also klar, kommt mal Mann Hier ist irgendwo Xerath gewesen War zwar ein Flash, aber mir egal Ja Klär, klär Xerath müsste auch irgendwo bei uns wahrscheinlich im Jungle sein, oder sind sie zu Baron Obwohl Baron jetzt ohne Evelyn, also ohne Smite Könnte man machen, wäre halt Mal versuchen, Mitte zu flaschen Das Problem ist halt einfach nur... Oh ja, ja Ja Ich mach'n Blue Ich geh' hin Zu spät Zu spät Oh Gott Wieso machst du Selbstmord? Nein! Die fucking Ulti ist in die falsche Richtung gegangen Das wäre kein Selbstmord so in der von gewesen Ja Ja, ihr geht nicht Ja, dann ist es Ja, jetzt hab ich euch gebetet Das war jetzt mein Fehler Die Ulti ist noch erstmal nach oben weggegangen Was schon strange genug war Und die ist auch gar nicht rausgegangen Als ich angekommen bin Das war eigentlich der Plan Ja, dann spiel ich gleich hier So, wird's eh voll OP Ja, der ist wie der aktuelles Meter Oder passt da gut rein Aber trotzdem Dann gehen wir uns den Nasus nochmal holen Weil der schafft das irgendwie Trotzdem, wenn wir zu zweit sind Nicht ganz Das ist der einzige, den wir töten können Ja, das ist auch der einzige, der anregt ist Ja, Zauer hier Alles klar Ich kann mich alleine nicht hingehen Ja, du bist du nicht alleine Du bist du nicht alleine, du bist oder du kompletts Team neben dir Ich hab halt keine Ulti noch nicht Ja, aber jetzt bestoben, dass es wieder Also es wird auch schon eine Gefahr Ja, ich renne das sofort wieder hoch Ich geh hin Und wer ist für den Speedbar von dem Kommt, komm ich hin Ja, sieht ja bei mir nicht anders aus Wer will denn da mit tun? Nein Ich komm Kommt noch Hier, komm Eviden ist hier, Eviden ist hier, Eviden ist hier Ja, ja Hallo Hi Oh Gott Ja, ich wurde nur von der Welt Geh da nicht rein, geh da nicht rein Geh da durch Geh da weg Ich möchte auch, dass wir gewinnen Das wäre echt schön Wäre schon nice, ja Aber Mit dem Rankteam mal gewinnen Wäre schon voll so nice Wir haben schon gewonnen In der Probe In dem In der Probe, ja Ja Wäre noch irgendwann gewinnen Mein G, hi Schön, dass du da bist Ja gut, aber gegenüber dem, wo wir gewonnen haben, haben wir jetzt ja auch schon wieder ein anderes Team Das stimmt schon Ja, klar Wird nochmal anders laufen Ich geh mal oben da entsprechend aufhalten Evalon ist schon wieder hier Guardian, das kann ich mir gut vorstellen, aber wir haben gar keinen Platz im Team zur Zeit frei Zumal es auch nicht bringt, wenn das dann eine hohe Elo ist, das bringt uns nur wieder stärkere Gegner Genau Das hat eigentlich gar keinen Sinn Das Rank-Team ist ja fest Wir müssen ja schauen, dass wir entsprechend so ein bisschen besser klarkommen Der Cage war jetzt Doch, hier war jemand drin Ja, aber der hat gelaufen Ja, sagen wir, dass man sie noch erwischt Nein, nicht mit dem Cage Okay Dann musst du in die Richtung schießen, wo sie hinläuft Das war die Richtung Wir können mal wieder versuchen, den Typen zu holen Brauchst 2 Brauchst 2 Ja, okay Ja, gut, dann geht unsere 2 ist natürlich in Ordnung Ja, gut, dann geht unsere 2 ist natürlich in Ordnung Ja, komm schon Ich hab ihn hochgeschobst Ich hab ihn hochgeschobst Ich sag' das Team ist ... Na ja, ein Plätzchen hätten wir noch frei Die Frage ist bloß entsprechend ... Die sind alle vergeben, aber bis entsprechend Alex ins Team kommt, dauert es noch ein bisschen Deswegen würde ich Alex Platz auch vorerst vergeben Das ist, denke ich, besser Ja Ich denke mal, das wird keinen umbringen Bis Alex ins Team kommt, dauert es noch ein bisschen Ja, zumal sie jetzt eh nicht spielen können, also Meine Frisse, ey Flüssige Liebe Da kommt schon der Nächsten an Ja, die sind noch bevor bei Baron ist Ja, den denk ich mir auch, aber ich konnte nicht weggehen Also ich hätte ja Baron contesten können, aber Dann wären die Viecher schon längst am Turm Ich bin das Raseschwein Ich hab 800 Oh, aber die sollen jetzt endlich fertig machen Denn dann bräuchten wir eh einen Toplaner Was brauchen die denn so lange? Vielleicht sind wir ja doch nicht so scheiße Wie gesagt, ich kann versuchen mal zu lernen Toplaner Oh Oh Oh, zumindest ist es noch besser halt Jungle, aber So ist schon alles Ja Ne, du kommst nicht weg Nein, ich hab sie einfach Alter, ich kann sie nicht mal analysieren, ey Nein, konnte auch nicht die Weile mit ihrer Ulti und dann mit der Q unsichtbar Da machst du nix Da machst du nix Ja, die ist hyperlate und die hat fast Fullbild, also da machst du nix Provisorisches Töten lassen Aber jetzt hast du ihr einen Penta geschenkt Ja, aber das war keine Absicht Oh Oder soll das Absicht gewesen sein, ich glaub das wär nicht so nice Das provisorische Töten lassen klang schon komisch Und wieder ein Spiel Dann drücken sie auf weiter Ach ja, ist noch besser Ja, ja, brauchste Ja Wir waren vorher schon draußen, aber Jawohl.